Adventure Time, come on, grab your friends, we go to very distant lands mit dem Mett-Baron und der Cupcake-Katze, the fun will never end, it's Adventure Time! Das ist zwar nicht Cake, Jake ist aber auch okay. Was? Es gibt doch noch Fiona und Cake, in der anderen Welt, umgedrehte Pendant zu Jake und Finn. Na gut. Ja. Ich hab das alles nicht gesehen. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, Finale war angesagt am Samstag. Ja, aber wir müssen ja noch was machen, wir sind ja noch nicht befreit. Ne, sind wir nicht. Äh. War trotzdem schön. Hier sieht's so ein bisschen gruselig aus. Mhm. Und bevor ihr fragt, die Hardcore-Variante von dem Spaß hier machen wir nicht. Ihr habt ja gesehen, wie oft wir hier gestorben sind. Ja. Das wird nur ein Selbstmordkommando. Ja, drei Levels müssen wir noch und da werden wir wahrscheinlich noch ein paar dran sitzen. Ja, mit Sicherheit. So schwer wie die hier sind. Das ist dann wirklich das schwerste, was das Spiel so zu bieten hat, meine ich dann, ne? Ja. Meine auch. Ja, siehste, man. Und wir machen's das jetzt. Wir rallen. Wenn schon, denn schon. Adventure Time. Super. Rallen. Rallen. Wo ist Lady Rainicorn, wenn man sie braucht? Und Beemo. Und wo ist eigentlich Arne? Damit er mitsingen kann. So, dann wollen wir mal. Ja, Arne ist ja Gantel. Ach ja, moin. Äh? Guck mal, wir haben übrigens so coole Pokale jetzt hier. Ja, wir sehen auch fantastisch aus. Ja, tun wir. Ich krieg diesen Sprung da schon wieder nicht hin. Ich hab das das letzte Mal schon nicht. Okay. Ja, ist eigentlich... Oh. 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 Sehr gut, sehr gut. Äh, warte mal. Moin. Verzeih. Warte mal. Oh. Ja, jetzt. Gleich. Äh? Ne, ich versteh nicht, wie es geht. Äh? 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 Äh, ja. Jetzt zu. Warte. Ah. Ne, so geht's auch. Ne. Oh, doch. Ah, den Sprung, den ich nicht kann. Yeah. Einfach nur fallen lassen. So schwer ist das nicht. Sehr gut. Aber ich will immer dann... Oh. Aber ich will immer dann nochmal springen. Oh, nein. Wenn wir essen, wir tauschen mal die Plätze. So, hier, komm. Komm. Mach ich ja schon. Äh, warte, warte. Geh mal hoch, 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 hoch. Nein, du sollst dich nicht bücken. Ich brauch den Sprung. Äh, ach, da bist du. Ach. Äh. Wir können ja auch mal warten, bis das wieder da ist. Wie wär's damit denn? Hä? 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 Äh, ne. Das macht so kein Sinn. Wir müssen erst noch nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Sehr schön. So, jetzt kommt's. Achtung. Okay, jetzt musst du das auch nochmal machen. Oh, Mann. Ja. So ist gut. Nein. Oh, warte. Oh, warte. Okay, jetzt musst du das auch nochmal machen. Was ist hier denn noch so? Hätt's oben bleiben können, glaub ich. Komm mal her. Schmeiß mich. Ich hätte nicht. Aber ich wär nur nen Schmeißenden. Ja. Das macht keinen Sinn. Nee. Sei mal nen Schmeißenden. Ui. So, nochmal nen Schmeißenden. Aber nen Schnellen. Komm, Jake. Gut. Oh, Cupcake Hund. Cupcake Hund. Komm. Oh, ach du. Oh, jawoll. Oh. Oh. Komm, dann schauen wir noch. Das schauen wir nämlich nicht. Hm, ist bisschen blöd mit der Zeit jetzt. Ja, ja. Das stimmt, Katze. Das ist tatsächlich ein bisschen blöd jetzt. Jetzt haben wir nämlich verloren. Wrrrrrrr. Schluss mit Hund. Wenn ich du wäre, würde ich lächelnd in eine See grinnen. Bist du der letzte Lude, oder? Die letzte Katze. Achso, er kannte ja. Wie du heute. Heute, da hat die Katze nämlich so'n kleinen Flashback gehabt. Die wollen unbedingt die letzten Luden nochmal gucken. Ist ja auch ein geiler Film, muss man dazu sagen. Ja, ist. Glaubt man gar nicht. Aber der ist wirklich qualitativ hochwertig. Ich wollte das wirklich auch nicht glauben, Leute. Aber das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Glauben das Du? Oh oh okay. Also ist das auch nicht tief. Aber ich bin ein Mensch. Wir müssen jetzt spielen, laut. Nein! Willst du es oder soll ich? We hate you, please die. Mach es! Oh Gott, das muss ich auch noch sein. Ja, das muss auch noch sein. All dem Knüddels! Ach, kacke! Oh, da ist die Säge! Oh, da ist die Säge! Schmeiß mich! Aua! Oh, ein bisschen von links! Weiter links! Nee, doch nicht! Jetzt ist weiter rechts! Ah! Oh nein! Oh, oh! Oh mein Gott! Nee! Ja! Oh Gott! Dangerous! Lass mich platzen! So oder so! Ich fäng den Hund auf! Hi! Was? Wieso denn da denn hinkommen? Aber wir brauchen ja auch keine Knüddels mehr! So, holt man sich an! Profi bin ich! Ich auch! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh boy! Uh! Da haut er den Skill raus! Hol doch den Checkpoint! Bin nem Medi! Als ob die Checkpoints hier überhaupt was nutzen würden! Nee! Ja, die sind nur, damit ich mich wieder aufrege! Dafür sind die da! Die funktionieren gar nicht! Okay! Oh! Hab noch eins! Okay! Äh! Was?! Ah! 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 Okay! Ah! Das muss so gehen! Du musst jetzt nach links! Und dich dann rüberpusten lassen! Nein! Unten links! Unten links! Und links! Genau! Und dann volles Metern da rüberspringen! Das geht so nicht! Doch! Ich komm mir nicht näher dran! Ich krieg mich nicht mehr Ando! Ja! Du nimmst einfach einen! Wenn du einmal geschoben wirst! Aber das ist jetzt auch schon so ein bisschen... Das geht nicht! Oh no! Adventure Time! Oh no! We make fancy things! Wir ziehen uns alle nackig aus und folgen einer rosa Schlange, die nur Holländisch spricht! Für brauchen wir auch noch bisschen länger als den einen Part... Jia! Whoop! Whoop Whoop! Why not olduğ Zodberg? Nein! Das schauen wir jetzt! Bis auf! Jetzt gehen wir hier unten lang und werden wir gegrillt! Ha! Und dann werden wir wieder gegrillt! Oh! Wer will nochmal! Wer hat nochmal ein Stod bien! Oh no! Grill hier! Ring hier! Und ich auch. Nicht. Mach die Säge da weg. Die nervt. Ich kann nicht. Mach die Säge weg. Ich mach nicht. Checky, checky. Wenn nicht. Die Checky, checky. Bugt das Ding und... So geht das. Okay. Aber jetzt rüber. Achtung. Oh, wei. Immer wieder was. Geht's mal die Ralldesign hier? Du bist ja letztes Mal auch gewesen. Achtung. Geh da runter. Ja, oder so. Das ist schon sehr unterhaltsam hier, diese Stelle. Aber ich hab keine Ahnung, wie die gehen soll. Whoop! Okay. Nee, ich will hier draufstehen, weil ich weiß nicht, was ich tue. So. Geh sie mal kurz runter? Also, deswegen. Okay, warte. Guck mal, die Katze hat sich selbst eingeiß. Ah, nee. Ich hab keinen Schub. Ja, eben. Das war mein Problem all along. Wow. Tada. Den bringen wir jetzt aber nie... Obwohl, doch, komm. Das ist offen. Hab ich gar nicht gesehen. Beim Riechen da, aber ich... Kaffee hat den oder wat? Oh. So, jetzt ist hier nur noch eine Phase. Geh mal runter, geh mal runter. Äh, jetzt. Okay, warte, spring. Nee, du musst hier auch raufkommen. Ach. Das ist echt, nein. Muss ich nicht. Ach, muss. Warte mal. Noch mal weg. Runter. Sorry, okay. Okay. Ja. Kurz, kurz mit nachdenken. Okay, 3, 2, 1. Mama, Papa, Utilitarismus. Oh, los geht. Ah. Ah. Nicht immer in dringemäßigen Abständen hoch und runter. Überfall. Nein. Das ist voll gefährlich. Jetzt rauf. Rauf, rauf, rauf. Ja, gut. Rauf, rauf. Nee, du musst auf... Komm, hier sind wir runter. Katze! Nein! Runter! Ah! Okay, rauf, rauf, rauf. Wir haben nicht mehr lange. Diesmal muss ich sitzen. Runter! Nein! Falsch, zu langsam. Nein! Was machst du? Nee! Nee! Wie macht ein Hund, wenn man den anzündet? Wuff! Nochmal. Nochmal. Lass dir da den Arsch ab, ne? Schon mal rassi, wie wegfletschen, ne? Das willst du nicht so unter Druck setzen hier, ey. Nochmal. Nochmal. Hör mal. Hör mal, geht doch nicht. Scheiße, jetzt schon wieder... Die Sprüche habe ich auch... Oh! Ne. Du hast schon gedacht, du willst rein? Tu es in die. Achso! Oh, boah! Noch was? Warte! Ja, jetzt geht's... Rally! Okay. Warte, warte doch! Ich bin zu schnell. Guten Tag. So, wir drüben. Drüben? Drüben, Walder Mühle. Mit Rolf? Rolf. Rolf. Wer ist denn Rolf? Drück den Knöp? Nee. So, Knöp ist gedrückt. Nee. Warum auf mich? Ich bin jetzt mal raus. Nee. 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 Oh, doch. Nee. Oh, neue Runde. Oh, und es geht weiter, 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 weiter. Und weiter geht's. Und weiter, und weiter, und weiter. Und die Katze fliegt wieder in die Säge rein. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Und nochmal ein paar abgeträte Körperteile hier. Oh, da fliegen sie. Lecker. Da machen wir Gulasch raus. Ich will nicht mehr. So, ich mal rüber. Nee. Ich will nicht mehr. Ja, was ist das für eine Einstellung hier? Bitte, was? Ja, die Zeit. Oh, Mann. Ich mach nicht, Sigi, Sigi. Oh, hast, 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 hast. Supergeil. Ich lass mich gleich erstmal platzen. Gut, dass ich das eben schnell gemacht habe. So, jetzt sind wir beide wieder oben. Nee. Nee! Okay, jetzt warte ich, bis du wieder da bist. Lass sie platzen, lass sie platzen. Ja, oder geh da rein. Ist auch geil. Platze. Wir haben keine Zeit für den Scheiß. Dann rallig eben. Na gut, guck mal hier. Da ist sie. Und unten. It's goofy time. Okay. Machst du das da unten, oder soll ich das machen? Geh, wir rauf. Ja. Und zack. Das wird mal wieder ganz knapp. Oh, ja. Oh, ja. Das ist ja, das ist ja. Ich will mal einen Springenden, okay? Ja, okay. Ja, so macht man das. Ja, I know. Ja, so geht das. Ja, okay. Soll man dann rein. Das ist scheiße. Da oben ist das Ziel. Ja, ich will mal einen Springenden. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. geben. Seine Geburtstagswoche? Ist... Geil. Man, mein Team. So, bis dann, Freunde. Tschüss. Ciao.